Opa Pörli, was machst du denn da? Hör mal, ich arbeite doch seit neuestem auf einer Bank. Aber du sollst doch nicht auf einer Bank arbeiten. Aber hör doch, ich bin seit neuestem ein Bankangestellter. Aber es ist doch gar nicht gut für dich ein Bankangestellter zu sein. Wirklich? Ja. Na gut, dann schreibe ich jetzt ein Loblied auf diese Bank, eine sogenannte Banksagung.